Warum ist es schwer, clean zu bleiben? Ganz ehrlich, du weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Du hast auf einmal, wenn du clean bist, so viel Zeit und auch diesen Kick, den man immer hinterher rennt. Es fehlt irgendwas. Mir fehlt irgendwas. Kann man schlecht beschreiben. Ich will auch keinen damit heiß machen. Es ist schwer zu beschreiben. Bis zum nächsten Mal.